Guten Morgen! So, wir haben ja irgendeine Quest angenommen. Warte mal, was ist das? Eins? Ist das Eins oder I? Das ist Q? Ah! Da soll ich ja irgendwas noch herstellen, oder? Warte mal, am Clio, Nebenquest. Das heißt, erreichet zu Beginn des Tages eine Behaglichkeitsniveau von 5. Behaglichkeit. Gesundheit, Energie. Wo sehe ich das? Wo sehe ich das? Muss ich? Ein Lehmweg? Bambus-Teppich? Ähm, ja gut. Bade-Dekorationen. Offene Kiste. Was haben wir noch? Ach, ich baum wohl Stoff. Okay, dann ich. So, unsere Mails. Stabübung. Da läuft die Dings, die Uhrzeit mit. Liebe Janela, du weißt ja schon, wie du mit den Dornen fertig bist. Schlage sie mit einem, mit deinem Zauberstab um Sim Salabim. Sie werden verschwinden. Aber du weißt, mit einem Zauberstab kann man nicht nur magische Hindernisse beseitigen. Du kannst damit auch Dohuwabohus besiegen. Dohuwabohus sind über übrig gebliebene Dinge, die niemand haben will und die mit Hilfe von Magie zum Leben erweckt wurden. Sie sind gelangweilt und verärgert und greifen manchmal sogar Leute an. Aber wenn du sie in einem magischen Kampf besiegen kannst, kehren sie in den Eiter zurück. Nun, wenn du dich dazu bereit fühlst, geh einfach noch tiefer in die Mine. Aber wenn ich du wäre, würde ich zuerst zu Drake, dem Kampfmeister, gehen. Er könnte dir zeigen, wie du diese Dohuwabohus richtig in die Pfanne haust. Und Alaric, der Zauberer. Okay, danke, machen wir mal. So. Und bei den Bäumen, die habe ich ja noch im Inventar. Geht ihr automatisch ein und aus? Oder hätte ich euch reinlassen müssen? Okay, warte, wir schauen gleich. So, schau mal rein, ob drinnen was liegt. Ja. Sehr schön. So. Ich werde so Pflanzdinger brauchen, ne? Die kann ich so nicht pflanzen. Kann ich mir da welche herstellen? Wo könnte man so Bäume hinstellen? Hier vielleicht. Brauche ich da ein Viererfeld oder... Das sagt bloß, ich kann die Bäume darin auch gar nicht einpflanzen. So. Das können wir auch wieder zubereiten. Die restlichen Sachen sammeln wir ein. Okay, dann haue ich die erstmal darüber. Baumwolle, hauen wir rüber. Gibt's sieben. Zwanzig. Okay, dann können wir die mal auf jeden Fall verkaufen. Zwanzig. Fünfzehn. Fünfzehn. Okay, da können wir auf jeden Fall ein paar hergeben. Die hauen wir jetzt erstmal rüber. So, passt. Haben wir irgendwas sonst... Ne, haben wir sonst nix. Achso, warte. Ah, das sind gekochte Dinger. Was geben wir die? Plus fünfzehn. Okay, kann ich hier irgendwas Neues bauen? Eine... Steinschmiede. Ah, ich müsste hier zu Hause auch mal zusammen räumen. Müsse ich mal einen Tag nehmen. Kupfer, Erz und Kohle. Dann kriege ich Kupferbarren. Okay. Ne, es wird zu weit. Da kommst du mir mit. So, dann können wir das alles gleich verkaufen. So. Mmm, da gehen wir... Her. Da gehen wir her. Die gehen wir her. So. Okay. Dann gehen wir in der Mine tiefer rein. Schauen wir mal so. Ähm, die sieht jetzt anders aus. Okay, jetzt muss ich den Schalter freilegen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich nicht durch die Tür gegangen bin, ne? Okay, können wir uns ja anschauen. Ah, aber zuerst müssen wir den Schalter finden, weil das Siegel kann ich erst dann machen, wenn ich... Da ist er. Wo ist die Tür? Hier, ich gehe einfach mal rein. Alter, haben wir jetzt Kupfererz. Das ist ja Kupfererz, oder? Sieht halt stark danach aus. Jawohl. Das ist Stein. Das ist Lehm. Ist das... Schluff. Kohle. Ach so. Ich denke mal, alles andere kann ich später auch mal mitnehmen. Aber jetzt muss ich einfach dann schauen, dass ich in die nächste Ebene reinkomme. Da ist er. Da ist mein Kupfererz sammeln. Das hier sieht so hell aus. Ist das jetzt so? Ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier ist das auch noch Sand? Nee. Schluff und Lehm. Okay. 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 Da, Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil Kohle werden wir viel brauchen, wenn wir das ganze Kupfererz umwandeln müssen zu Barren. Weil zwei Kohle für ein Kupfererz umwandeln müssen zu Barren ist schon... Oh. Dann bleibt es offen. Hier geht es noch weiter, was? Das ist ein kleines Versteck anscheinend. So, wo ist jetzt die Tür? Hier. Braucht noch fünf Kupfererz. Ähm. Was war das? Ähm. Ich sehe schon so ein Dohuwabuhu. Was ist denn das da? Ein rauer Zitrin. What? Das heißt, das ist unser erster Edelstein jetzt gewesen. So. Kann ich die verkaufen? Was mache ich mit denen? Ich werde sie sicher auch brauchen für die Weiterverarbeitung. So, Ebene. So, und wie kann ich jetzt das verlassen? Oh, wir sind draußen. Okay, dann müssen wir nach Hause. Kann ich da was mitnehmen? Das ist neu. Okay. Gut, ich brauche noch schnell den Verkaufsding. Aha, da unten, die will was von mir. Also ist alles voll. Okay. So, Quatsch. Gut. Die sind eh drinnen. Passt. Perfekt. Hops, das wollte ich nicht. Sorry. So, ich sage Dankeschön. Er schreit nämlich gleich wieder. Dankeschön. Gute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Wunderschönen guten Morgen, Dodali. Post haben wir heute nichts. Können wir gleich mal gießen gehen. Was ist alle? Wie die quietscht. Mitgenommen. Oh, die sind fertig. Kann man gleich wieder anpflanzen. So. Ah, gerade wegen einem ist es sich nicht ausgegangen. Nein. Hallo. Gleich. Gleich, gleich. Ich muss dann auch noch schnell anpflanzen. Die Rüben. Das ist alles gießen. So. Die Rüben. So. Ah, da habe ich nur sechs Stück. Gut, das bringt mir jetzt nichts. Muss ich welche kaufen. Das kann ich alles mal rüber geben. So. Da haben wir nichts. Äh, wo sind die zwei jetzt? So, dann füttern, füttern. So, wo sind die zwei? Ah, hier. So, da sche rates. Wie ist es. Sie können zuerst arbeiten? Oh. So. �� 가까del. So, woズình? Wo ist es! Wo ist es? So. Wo istMMM? Okay. super. Wo, wo? Hä? Wo ist der? Hier. So, jetzt haben wir's. So, fertige und platziere ein Siegel. Da werde ich Kupferband brauchen. Fertigen. Alter, was? Was? Lehmziegel können wir auch fertigen. Was ist das? Glas können wir auch fertigen. Dann, das können wir noch zubereiten. Die neuen können wir zubereiten. Alle anderen werden gesammelt. Hier ist eh nix. Die könnte ich eigentlich wieder wegnehmen. Wo mache ich denn jetzt? Papiersichsetzling. Ah, die kann ich irgendwo hinpflanzen. Machen wir das hier. Und das kann ich ja wieder zurückholen. So, und dann haben wir Warte, 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 warte. Ein Birnensetzling. Den setzen wir derweil hier hin. So, wollen wir in der Zwischenzeit trotzdem hier ein bisschen weiter wegräumen. Aber wo fährt ich und platziere ich dieses dieses Siegel? Ein eine Siegelstation. Warte. Das war falsch. Da, eine Siegelstation. Oh, nein. Da brauche ich Kupfererz für. Kann ich das wieder abbrechen? Die sind schon. Die sind schon. Okay, dann müssen wir eh noch mal runter in die Mine. So. Dann. 130 Einkupferwaren. Reichgekochtes Ei. Machen wir es so. Jetzt bin ich gespannt, in welche Ebene dass ich jetzt komme. So. Ich hoffe nicht wieder eins. Doch. Amt. Oh, shit. Ja, egal. Das heißt, ich brauche sowieso Kupferbahn. Also, Kupfer brauche ich. Kann ich da auf dem Katalog jetzt zugreifen? Ne, das ist jetzt der Tipp. Jetzt muss ich den doofen Schalter wieder finden. Ah, ich hätte zuerst schauen sollen. so. So, Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, da unten haben wir schon ein Kupfererz. ffic. Sa, hop. ich bin immer zu voreilig so warte die ebene können wir noch schnell fertig absuchen nehmen wir noch mit hier drüben ist da noch irgendwas jetzt geht es auf die suche nach dem schalter da kann überall drunter sein das ist ja das mies so 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 kein schalter verdammt okay egal dann laufen wir so zurück so dann müssen wir uns die siegeldinger herstellen so dann gleich zurück nach hause oh guckst du die machen wir auch noch weg aha Feldweg ah die kriege ich noch gar nicht weg ach so abbrechen abbrechen hallo entferne wieso hä jetzt jetzt bin ich runtergefallen auch nicht schlecht da oh hi was bist denn du eine Bienenkönigin ähm 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 puff weg ist er die gebe ich nicht her kann ich mal bei evendel dann einen Bienenstock machen warte wo bin ich hier jetzt ich würde mir gerne noch Tiere mitnehmen dann bin ich überfordert wo ich hin muss oh ich bin zu hause ok so und zwar eine Siegelstation ich stelle sie jetzt erstmal hier hin so was brauche ich dafür Kupfersiegel ah Kupfererzer verdammt ähm Kupfersiegel ok muss ich noch schnell in die Stadt runter ich muss mir Samen kaufen so Laden öffnen und zwar die hier hätte ich gerne 18 sechs Stück Hammer so nehmen wir uns auch noch mal 18 Stück mit hier auch noch mal 18 dann würde ich gerne bei dir einen Apfelsetzling kaufen und einen Uxack ist voll ah ja die Königin so und einen Blaumensetzling so ne da muss ich glaube ich eins ähm höher oder das müsste hier hinten sein ja ähm kaufen und dir kaufen ein Gagri möchte ich bitte kaufen so der kommt jetzt da nach Hause dann registrieren wir dich hier so dann wirst du noch geht nicht mehr dann machen wir das morgen und dann hätte ich gerne noch so ein Woll Kieschen so so sofern sie jetzt noch da ist so wir kaufen so hoppelhase so der kommt auch mit mir mit so und hier müssen wir anpflanzen gegossen sind sie das passt ach so Rucksack ist voll warte 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 das kommt rein das 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 hier die Samen okay so dann könnte man erst mal hier weitermachen bis sie noch Sam Ah ja, ein Baum-Setzlinge habe ich auch noch. Ich hoffe, die kann ich jetzt einfach pflanzen. Warte, C-C-Samen, ein Apfel, dann setze ich hier hin und ein Pflaumenbäumchen, dann setzen wir hier hin und jetzt wird es Zeit fürs Bett. Fast, dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.